Hallo und herzlich willkommen bei RedDogGamble. Ich bin heute auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Mind and Magic Era of Chaos. Ich werde das Spiel mal starten, weil ich habe schon gestartet. Vollbetreib machen, ein bisschen warten, starten und wieder ein bisschen warten. Ein bisschen später wieder. Ich spiele auch nur die zehn Minuten, also nicht allzu lange. Dann muss er gleich wieder ins Bett und morgen früh aufstehen, arbeiten. Ach je. Überspringen, bestätigen. Privileg. Oh. Gut. Ich werde einfach nur alle Punkte heute durchgehen. Die roten Punkte, was es hier so gibt. Das ist immer noch ein roter Punkt. Hm. Immer noch. Mission. Ah, Mission machen wir es. Bis zum Schluss. Weil vielleicht kriegen wir ja hier noch ein paar Sachen, wo wir vielleicht eine Quest absolvieren. D-Defin. Gibt es hier was umsonst? Ha. Nee. Verstanden. ich werde die roten punkte nicht los umsonst 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 ein voran ein voran umsonst umsonst das war ja viel was müssen wir noch hier machen umsonst 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 war mit der schwächsten einheit an war noch eine schwächere Nein. Nein. Ok, die 7.50 ist das höchste. Ich mach das jetzt so ganz schnell. Oh, da muss ich noch selber kämpfen. 3 Sterne, jawohl. Ok. Haben wir alles perfekt. Dann kommt jetzt der hier dran. Dann jetzt der hier. Oder. Perfekt, super. Und hier bei den Bogenschützen noch was, wenn man das gleiche fehlt. Da, das war bei denen. Super. Jetzt bei der hier. Jetzt der nächste. Das war ja gleich schon fertig. Oder auch nicht. Ist ja doch noch mehr als ich dachte. Oh. Go. Super. Oh. Okay. Oh. Keine EPS mehr. Vielleicht haben wir doch keine Energie mehr. Okay. Okay. Da kann ich noch was machen. Aufwerten. Und das war's dann auch schon. Jupp. So. Den roten Punkt sind wir auch los. Jetzt kommt der Held. Was ist das? Ich werde die Erasmus-Geläte verhören. Ich werde die Erasmus-Geläte verhören. Ich werde die Erasmus-Geläte verhören. Ich nehme ein weniger. Und setze den Reiter da rein. Komm. roten Punkt sein. Was wirklich gehört. Skin, ok, das war doch alles, was soll ich noch machen? Gehen wir hier rauf, dann gehen wir jetzt auf Missionen, boah, da fehlt noch ganz bisschen, ja genau. Haben wir noch Nachrichten, einfordern, löschen, du wolltest zum Genleiter erinnert. Oh, nice. Nochmal die ganzen roten Punkte durchstöbern. Durchstöbern. Okay. 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 Oh, das war das. Okay. 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 naja ich würde mal sagen was war es jetzt schon nicht viel gemacht wirklich nur die zehn minuten weil wie gesagt ich musste jetzt noch mal rendern und dann kann ich es erst hochladen und ich muss auch eigentlich schon wieder ins bett weil ich um die uhr aufstehen muss deswegen sage ich danke schön fürs zuschauen ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten mal wieder dabei seid bis dann wünsche ich euch viel spaß und auf wiedersehen